Das war das Zimmer deiner Mutter. Du musst hierbleiben. Die anderen Schlafzimmer sind oben. Hallo, Jezebel. Mom. Wenn du das hier siehst, gibt es mich nicht mehr. Ich werde dir die Zukunft legen mit meinen Kappen. Das hier heißt, dass du nicht allein bist. Immer. Es gibt eine Präsenz bei dir im Haus. Jezebel. Ich sehe einen schrecklichen, furchtbaren Tod. Wenn ich nicht mit jemandem rede, drehe ich noch durch. Sag mir, was da los ist. Ich denke, da draußen ist jemand. Oh mein Gott, das ist mein Geburtstag. Ist da etwas unter dem Stein? Wer will dir so eine Angst einjagen? Sie rufen die Geister, um jemanden abzuholen. Jezebel. Diese Scheiß-Videos machen dir nur Angst. Ich hatte es ihr verboten. Aber Dad, das ist Mom. Dieses Ding in diesen Videos. Ist nicht deine Mutter. Wer bist du? Was willst du von mir? Hilf mir doch! Ich habe über dich gewartet. Ich habe über dich gewartet.